Hallo? Hallo, hier ist die Putzfahrer vom Hessische Rundfunk. Ei, was soll ich denn machen? Der Fenster ist noch gar nicht da. Da steht er und er, was heißt denn das? Bin ich jetzt drauf? Ei, 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 ich träg einfach mal einen Knopp. Der Fenster ist noch gar nicht da. Es ist noch gar nicht da. Der Fenster ist noch gar nicht da. Schöne undilippe. Der Fenster ist noch gar nicht da. Ich komme mir davon. Die Fenster ist noch gar nicht da. Ich komme mir davon aus. Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 Das war's.